Die Maschinen der Classic-Baureihe von VHF sind flink, präzise und robust. Der bewährte Aufbau der Basismechanik mit spielfreien Kugelumlaufspindeln und präzisen Linearführungen aus Stahl sowie Frässpindeln mit Drehzahlen bis 60.000 Umdrehungen pro Minute machen die Classic universell einsetzbar. Für präzise Fräsarbeiten und feinste Gravuren Die Classic ist mit einem Verfahrbereich von DIN A4 Blattgröße bis zu einem Verfahrbereich von 1 Meter auf 1,25 Meter erhältlich und eignet sich bestens für den täglichen Einsatz in der Werkstatt, im Entwicklungslabor oder der industriellen Fertigung von Kleinserien. Ob Vakuumtisch oder automatischer Werkzeugwechsler Der modulare Aufbau der Classic ermöglicht eine Konfiguration nach Ihren Bedürfnissen.